Was machen wir hier zwischen all den Paletten? Wir haben Spaß, genießen das Leben. Frank, was machst du denn hier? Ich brauche dich. Hör zu, ich bin im Ruhestand. Du hast seit ner Ewigkeit niemanden mehr umgelegt. Das ist was Positives. Sie kommen, ich kann es fühlen. Vor 96 Stunden hat jemand behauptet, wir wären Teil einer Operation namens Nightshade. Während des Kalten Krieges wurde eine Megatonnenbombe in Einzelteilen nach Moskau geschmuggelt und wieder zusammengebaut. Der Wissenschaftler war Edward Bailey. Er sitzt in einer Irrenanstalt für geisteskranke Kriminelle. Frank Moses, mein lieber Freund. Warum siehst du so alt aus? Du bist seit 32 Jahren hier eingesperrt. Ach komm, Frankie, das soll wohl ein Witz sein. Los, nimm die Deckung hoch. Elf Millionen Menschen verlieren ihr Leben, wenn du mir nicht hilfst. Kannst du uns irgendwelche Hinweise zu der Bombe geben? Ich hab sie erfunden. Sieht nicht gut aus. Ich wurde gerade vom Emma Sixer sucht, dich zu töten. Offenbar stehst du ganz oben auf Interpols Verhandlungsliste. Was hast du gesagt? Man muss das Leben genießen, solange man noch kann. Einen alten Freund von dir haben sie auch angeschätzt. Er ist der beste Auftragskiller der Welt. Wir brauchen Hilfe. Hallo, Frank. Was will die denn? Ärger machen. Na, wie läuft's denn so? Ja, Frank, wie läuft's denn so? Ha, ha, ha. Are you women? Spinnst du, mein Mädchen zu küssen? Hör zu, alles, was im Kreml passiert, bleibt auch im Kreml. Du hast ihr ne Knarre gegeben? Sie hat keine Ahnung, wie man damit umgeht. Klar hab ich ne Ahnung. Ha, polizier! Es wird wie in alten Tagen, Frank. Ich hasse sie wie die Pest. Du bist ein toter Mann, Moses. So schnell nicht. Ich hab noch nie von ihm gehört, muss vor meiner Zeit gewesen sein. Jetzt haben sie von mir gehört. Auf die Rettung der Welt. Nasta rovye! Nasta rovye! Budjim dro... Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Send-Ens. Sie haben Zeit, bis unsere Hilfsmittel eintreffen, die uns erlauben, in Ihr Haus einzudringen. Wenn Sie... Wenn Sie ihn uns bis dahin nicht ausliefern, werden wir die Bestie auf...